Nach fünf erfolgreichen Staffeln im Ausland, in der hunderttausende Fans begeistert und in der neue Helden geboren wurden, kommt jetzt eine der größten MMA-Organisationen der Welt nach Deutschland. Zwei Teams. Acht MMA-Kämpfer, eine Villa, doch nur einer kann gewinnen, die sieben anderen werden scheitern. Ich will wie jeder andere Champion werden, aber was ich vor allem will, ist Leute zu motivieren, ihren eigenen Weg zu gehen. Acht Episoden mit Duellen in der härtesten Kampfsportart der Welt. Mich interessiert extrem diese Kunst dahinter, wie ein Mann das leben kann, das Kämpfen einfach, sich nur auf das zu fokussieren und sich nur auf das zu konzentrieren. Dieser Sport formt den Charakter wie kein anderer. Diese Athleten kämpfen um das Recht und um die Ehre am 4.6. im Finale in der Frankfurter Festhalle antreten zu dürfen. Herzlich Willkommen zur Octagon Challenge. Das war's für mich. Herzlich willkommen erstmal an alle Kämpfer. Für euch geht es um den Finalentzug am 4.6. bei Octagon 33. Ihr werdet vor knapp 10.000 Leuten kämpfen um 10.000 Euro und um den Titel des ersten Octagon Challenge Champions in Deutschland. Here we go. Das ist für die nächsten Wochen euer Platz, an dem ihr euch vom Training regenerieren werdet. Selim gegen Simeon. Das wird der erste Kampf der Octagon Challenge. Das haben wir in der Küche gemacht. Das sind 79,0 Kilo für Selim Lito. Ebenfalls 79 Kilo für den Kämpfer vom Team Zavara. Für Sie ist es jetzt die riesige Chance. Können Sie sich beweisen? Können Sie sich damit für das Halbfinale qualifizieren? Der Kampf war härter, als ich erwartet habe. Der Simeon ist sehr kräftig. Und ich bin nur froh, dass ich gewonnen habe. Ich habe schon so viel im Leben gegeben, riskiert oder liegen lassen, um meinen Weg zu gehen. Und das wird mich nicht aufhalten. Als wir zum Cage hinmarschiert sind. Potale Energie, ja. Also das war unbeschreiblich. Das war richtig geil. Der erste Kampf war, wie angekündigt, auf jeden Fall ein knaller Kampf. Und es war ein richtiger MMA-Kampf. Das bedeutet, man hat alles gesehen. Stand, Boden, Ring. Wir haben den ersten Kampf gewonnen. Es ist natürlich sehr wichtig, den Startschuss für die Oktagon-Challenge zu geben. Kampf auf Augenhöhe gewesen. Wir hätten ihn auch siegen können. Quenchen Glück hat gefehlt. Die Erfahrung von Selim hat, glaube ich, hier eine größere Rolle gespielt. Als dann das einfach passiert ist, wie wir es uns vorgestellt haben. Das war einfach geil. Jeder Kampfbeutler weiß, wenn man einmal die Leber ordentlich trifft, dann war es das. Ich bin sehr erleichtert. Ich bin echt stolz auf Selim. Und ja, hat er top gemacht. Ja, die Zavada-Brüder haben ja die Challenge gewonnen. Haben ja jemanden ausgesucht. Ging ja voll in die Hose wieder. Ich denke und hoffe, dass sie die nächste Challenge auch gewinnen werden. Weil dann wird wieder was kommen, was nicht passen wird. Und wir machen das 2-0. Ich habe es versucht, mir einen Pokerface aufzusetzen. Aber beim Ringen und Grappling kannst du komplett vergessen, aber auch zu greifen können. Der ist auch geschmollen. Ich habe einen Tag bevor ich hergekommen bin, schnell Blut-Irgel-Therapie drauf gemacht. Ich dachte mir, okay, dass es einfach nicht weh tut. Damit ich einfach die Hand, ich lasse die dann weg. Scheiß drauf. Keine Chance, dass du sagst, okay, komm, ich beiß mich durch. Vielleicht, dass wir versuchen... Ich will durchbeißen, aber... Deine Chance, wenn du raus bist, bist du raus. Das muss dir klar sein. Das wäre halt ärgerlich für dich. Natürlich, aber wenn ich nicht mal ganz locker bei der Pratze antippen kann, kann ich schmerzen. Ja, plus, dass du nicht ringen kannst, das ist das zweite Problem. Ringen ist auch weg, Grappling ist weg. Da hast du eigentlich nichts verloren im Punkt. Ja, okay, nee, hast du recht. Ich meine, du bist erst 18 Jahre alt, du hast ja für dich natürlich trotzdem eine große Chance mit Oktagon, aber du bist noch jung, relativ jung und kriegst dann die Chance noch auf jeden Fall. Ich hätte dich gerne kämpfen sehen, muss ich ehrlich sagen. Absolut. Weil dein Movement und alles hat mir sehr gut gefallen, hast du schön Power gehabt. Aber manchmal ist es so im Leben und da muss man durch. Die Karriere geht weit? Ja, na, selbstverständlich. Geht auch vorbei. Tut mir richtig leid für dich. Auf jeden Fall gute Besserung. War cool, dass du bei uns warst. Wie gesagt, wir bleiben in Kontakt, halten uns auf dem Laufenden. Gute Besserung für deine Hand. Ich wünsche dir natürlich auch gute Besserung. Ja, gerne und bleib dran, hast riesen Talent. Jetzt haben wir einen guten Mann verloren. Ja, brauchen wir einen Ersatz auf jeden Fall für ihn. Ist sehr schade, ich hätte ihn wirklich gerne kämpfen sehen. Müssen wir Pavel anrufen. Bad News, Pavel. Einige unserer Krieger, Yussef, ist entzündet. Wir versuchen alles und er sagt, nein. Er versucht, es geht durch und er kann es nicht. Weil es ist für diese Leute, es ist ein Leben. Ja, natürlich. Natürlich, es ist ein Veränderungsmöglich. Ja, natürlich. Aber egal was, wir brauchen noch eine andere Frage. Meine Meinung ist, ich habe Ivan von der UFD-Gym. Er hat viele Spieler. Ja, wir haben auch Ivan vorbereitet. Für ein möglicher Reaktion. Er hat einige Leute für uns. Okay, danke, Leute. Danke, danke. Tschüss. Danke. Hallo. Hi, Ibrahim. Philipp und Pawel von Octagon, grüß dich. Wir haben gerade mit Ivan gesprochen und er hat gesagt, du hättest Zeit, wir könnten dich hier in die Show holen. Wir brauchen nämlich einen Ersatz. Die Frage wäre, hast du Zeit? Kannst du direkt losfahren? Es ist wirklich dringend. Pack deine Sachen, wenn es geht. Wie sieht es aus? Ja, geil, ich habe Zeit. Ich bin jetzt hier Wuppertand, ich gucke mal jetzt und dann mache ich los. Kämpfer, Trainer, da Yussef die Show verlassen hat, haben wir nun einen Ersatz. Ibrahim Czolo. Ich heiße Ibrahim Czolo, ich komme aus Russland. Ich bin 24 Jahre alt, trainiere im ÖFD-Gym. Ich wohne in Wuppertal. Ich habe erst mal mit Kickboxing angefangen, zwei Jahre. Ich bin seit 2015 in Deutschland, dann habe ich angefangen mit MMA. Der neue Kämpfer hat mich sehr gefreut, dass er zu uns ins Team kommt, der Ibrahim. Ich habe auch schon die ein oder andere Sparringseinheit mit ihm gemacht. Er ist ein guter Kämpfer, hat auf jeden Fall Potenzial hier weit zu kommen. Für die zweite Challenge hat sich Oktagon was ganz Besonderes einfallen lassen. Die Jungs tauschen ihre MMA-Handschuhe gegen Kochschürze und Kochlöffel und dürfen jetzt um die Wette kochen. Sie sind da in dieses Kochstudio eingelaufen und haben von uns erst einmal Rezepte bekommen. Mit den Vorstellungen, was soll denn gekocht werden. Herzlich willkommen zur Challenge, die wir für diese Woche für euch vorbereitet haben. Wie ihr seht, geht es heute ans Kochen. Und zwar kochen beide Teams genau das gleiche Gericht. Ihr bekommt ein Rezept von uns, was ihr nachkochen sollt. Im Hauptgang gibt es Spare Ribs und als Nachtisch gibt es Nuss-Brownies. Es gibt allerdings einen Haken. Ihr werdet komplett fleischlos und vegan kochen. Wir haben den Champion. Habt ihr eure Gerichte gekocht, dann wird eine Jury den Geschmack und auch die Präsentation bewerten. Achtet also nicht nur darauf, dass es gut schmeckt, sondern dass es auch nach etwas aussieht. Hier haben wir die Zutaten für euch. Das war natürlich ein Gericht, was wir alle noch nie zuvor gekocht hatten. Deswegen war es auf jeden Fall eine lustige Erfahrung. Haben wir einen Thermomix, zufällig. Beide Teams haben eine Stunde Zeit. Ihr habt dieselben Zutaten, dasselbe Equipment. Auf die Plätze, fertig, los. Und dann haben wir denen ein paar Körbe überreicht und in den Körben waren quasi die Zutaten drin für die Gerichte, die sie dann kochen sollten. Das erste Mal in der Großkirche zu euch. Das erste Mal überhaupt in der Küche nicht fahren. Und als das Ganze losging, dann hat man eigentlich gesehen, dass die Jungs eigentlich von gar nichts einen Plan hatten. Hey, bevor du hier irgendwas machst, schau dir erstmal das Rezept an. Man hat ein bisschen gesehen, wer kochen kann und wer nicht kochen kann. Aber ja, ich denke mal, einige waren davon überfordert. Am Anfang war es ein bisschen chaotisch. Wir mussten erstmal reinkommen, erstmal die Aufgaben verteilen und so weiter. Wie habt ihr euch organisiert? Also wie habt ihr euch eigentlich abgeklärt, wer was macht? Habt ihr einfach mal drauf losgemacht oder ist das so ein bisschen, oder habt ihr euch ein bisschen abgesperrt? Ja, genau, einfach so. Wir haben einfach gestartet. Dadurch, dass die anderen zwei Jungs, also Hasan und Enrit, nicht so viel Erfahrung in der Küche haben, musste ich so ein bisschen das Ganze in die Hand nehmen und ein bisschen die Aufgaben verteilen. Ali und Simeon waren in so einem lustigen Wettstreit miteinander. Die beiden waren sich gegenüber und die haben sich beide zufälligerweise auch um das Dessert gekümmert. Und die haben sich zum Teil die Erdnussbutter weggenommen. Die zwei, alle zwei. Das sind nicht alle. Wo sind denn die, wo sind denn die anderen? Du willst mich abziehen, geh mal her. Eine Mülltonne zufällig. Geh mal her, guck, guck. Soll ich mal kosten? Ich glaube, man hat heute gesehen, dass alle Männer, die heute in der Küche standen, nicht in die Küche gehören. Keine Ahnung, ob wir was machen. Ich habe nicht das qualifizierteste Personal, sagen wir es mal so. Wir haben keinen Tomatenmarkt mehr. Irgendwas riecht hier. Hier stimmt irgendwas. Irgendwas riecht hier richtig mies, Jungs. Das ist euer Essen. Jungs, ihr müsst die Kindersicherung aus dem Ofen machen. Antonio läuft da oben. Da läuft unser Auto. Ich habe sie hängen gekippt. Team Savada hatte natürlich Probleme mit dem Ofen, weil sie nicht die Kindersicherung rausbekommen haben. Das ist natürlich, wie soll man sagen, typisch. Es war nicht nur Team Savada und Team Pils Eckerlin, sondern es war so ein bisschen Simeon gegen Ali. Wer macht das bessere Dessert? Wo ist denn deine Schokolade? Hier ist meine Schokolade. Ich habe das Dessert genommen, weil ich gedacht habe, das ist das Einfachste. Das wurde aber relativ klar sehr schwierig. Und was ist da drin? Warum bist du beißt? Ja, du solltest da Sojamilch reinmachen. Okay Männer, die Hälfte der Zeit ist oben. Ihr habt noch eine halbe Stunde, bis ihr abgeben müsst. Und denkt dran, Geschmack und Optik werden bewertet. Jungs, was ist das? Was habe ich da gemacht, Mann? Bruder, was machst du? Es kommt am Party jetzt. Genau so, genau so. Genau so, Alter. Ey, was machst du, Mann? Habt ihr den Ofen anbekommen? Ja, der läuft jetzt. Ich will schon mal Fleisch aus. Das wird jetzt hinten raus nochmal richtig stressig. Also eine Viertelstunde haben sie noch. Ich hoffe nur, dass die Judges später nicht einfach ein rohes Essen vorgesetzt bekommen. Ich hoffe es auch. Fertig ist es so da, wie es schmeckt. Bruder, aber warum ist das so verbrannt? Nein, das ist nicht verbrannt. Das sieht dann so aus. Auf, 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 auf. Yeah, die gewinnen. Guck mal, das geht schon, das ist nicht mal ein Ofen. Der hat es auch nicht mehr. Nein, der macht es nicht, bevor es gleich ausgeht. Der hat einfach die Schale kaputt gemacht. Bruder, ich brauche Schokolade, der hat es einfach kaputt gemacht. Bruder, das kann eine Sache von vielen sein. Bei euch ist alles kaputt. Männer, ihr habt noch ca. 10 Minuten Zeit. Denkt auch daran, dass ihr das Essen hier auch noch präsentieren müsst. Mehr als genug Zeit. Gar kein Problem. Einfach in die Mitte legen, mit Soße und fertig. Patisserie Capuya. Richtig gut, Bruder. In den letzten Minuten, also sie hatten noch zwei Minuten, um die Desserts richtig schön hinzurichten. Und Ali hat einfach einen riesen Löffel von seinem Dessert genommen, hat ihn auf den Teller geklatscht. Und das sah aus wie Hundefutter. Bruder, wir haben nichts mehr zu verlieren. Gib ihm, gib ihm. Ja, ja, leg den hin. Nimm, berüh ihn, berüh ihn. Warte doch, eigentlich. Nein. Das ist doch nur Zwiebeln, was da drin ist. Ey, es schmeckt sogar. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Okay. Was ist das? Das ist geschmackig. Wenn ich das erste von meinen Gegnern auf dem Teller sehr wild gekriegt hätte, ich glaube, ich hätte es dem Kellner dezent ins Gesicht geworfen. Und mich gefragt, was das für ein Gericht sein soll. Sieht so aus, als hätte man es schon mal gegessen. Also, das Dessert schaut doch mal super aus. Kann man nicht sagen. Will ich gerne mal kosten. Eine Stunde kochen, das ist das Ergebnis. Wir werden jetzt dann gleich mal die Judges kommen lassen und dann entscheiden lassen, wem es besser schmeckt und wer auch den optischen Contest gewinnt. Wir haben eh gewonnen. Hallo und herzlich willkommen hier zum perfekten Oktagon Dinner. Wir haben hier gekocht, unsere Kämpfer haben hier gekocht. Das ist das Ergebnis. Bitten wir nun unsere Coaches rein, um das Essen mal zu probieren und zu begutachten. Ich bitte rein, die Savada-Brüder und Christian Heckerlin. Das Rezept lautete veganes Bear Ribs und als Nachtisch gibt es einen Nuss-Brownie. Und bewerten sollt ihr das Ganze zum einen natürlich auf die Optik. Ja, wie sieht das Ganze aus? Und zum anderen natürlich nach dem Geschmack. Da vergebt ihr Punkte von eins bis zehn. Was ist denn so der erste Eindruck, wenn ihr die Gerichte seht? Was denkt ihr? Also das, ja. Wenn ich das Essen gesehen habe, das war eine Katastrophe. Also der erste Eindruck von den Gerichten waren zwei unterschiedliche. Das eine sah optisch gut aus. Das andere sah optisch jetzt nicht so besonders aus. Ich fange hier links an. Das sieht ja schon so schön grün aus. Auch die Süßkartoffeln sind das, nehme ich an. Die sehen auch gut geschnitten aus. Neun Punkte, acht, neun, neun Punkte. Neun Punkte? Okay, okay. Also das würde bei mir auch so ungefähr acht, neun Punkte erreichen. Weil das sieht so aus, als hätte jemand so einfach keinen Bock gehabt. Also ich sage so, ich hoffe nicht, dass es mein Team war. Weil das ist eine Vollkatastrophe, sag ich dir ehrlich. Das sieht ja wenigstens einigermaßen. Wenn einer vielleicht nicht kochen kann, ist das schon gut gemacht. Da würde ich auf jeden Fall acht Punkte geben. Aber für das gebe ich zwei Punkte. Jungs, wie sieht es bei euch aus? Ja, ich würde tendieren auch. Ein, zwei. Ich bin auch korrekt, ich gebe zwei Punkte. Ja, ich gebe auch zwei Punkte. Okay. Also zwei Punkte hier. Acht und neun Punkte sind wir hier. Was würdet ihr schätzen, welches Team hinter welchem Essen steckt? Also ich denke mal, das ist unser Team. Und das könnte ich mir vorstellen, sein Team. Da hat auf jeden Fall einer Plan. Aber wenn ich natürlich wieder denke, dass die zwei, die bei mir trainieren, eh im Patientensinn, könnte das auf jeden Fall schon mein Team sein. Dann fangen wir doch mal hier auf der Seite mit dem Hauptgang an. Ihr dürft mal probieren. Süßkartoffeln und die veganen Sparrows. Wird du zuerst mal die Toilette ist ja hier vorne? Nicht gesalzen, nicht gestitten, aber... Einer der Köche meinte noch, alle Nährstoffe sind in der Schale drin. Die Schale ist ja ekelhaft. Als ich die Süßkartoffel-Pommes probiert habe, hatte ich eigentlich nur Schale im Mund, deswegen musste ich ausspucken. Man kann es essen. Das kann man essen, das kann man nicht essen. Auf jeden Fall. Der Sommer fair sein, egal, gebe ich eine fünf drauf. Fünf Punkte. Ich gebe fünf Punkte. Also so schlecht hat es nicht geschmeckt. Also wenn ich das vergleiche mit der Optikkammer, dann kannst du direkt fünf Punkte geben. Das soll Spare Ribs sein, ne? Ja, vegane Spare Ribs. Probier mal, aber warte, probier mal. Ich sag ja nichts. Das war gut, aber das kommt so Richtung Spare Ribs. Muss ich sagen. Das geht. Also hier geschmacklich vom Spare Ribs. Auf jeden Fall besser. War schon genießbar. Man konnte es so mit, wenn ich ein Auge zudrücken konnte man es genießen. Ich würde bei acht bleiben. Ich gebe Geschmack eine sieben. Okay. Jetzt müssen wir den Kuchen probieren. Der sieht auf jeden Fall nicht so einander aus, aber nicht gut. Aber der riecht gut, ne? Der riecht nach Erdnuss. Also es soll ein Nuss-Brownie sein. Nuss-Brownie. Das sollten die da draus machen. Ja, beide haben verfehlt. Da kam der hier näher auf. Also auf jeden Fall ist der nussiger wie der. Ich denke mal, die haben die Cornflakes-Packung. Haben sie hier reingeschüttet, haben sie auf den Teller geschüttet, dann haben sie es mit Erdnuss-Putter überzogen. Guck dir das mal. Ich gebe da drauf fünf Punkte und da drauf zwei. Okay. Also für den Brownie fünf Punkte. Für die Chocolat vier. Vier Punkte. Ein umtransformierter Brownie. Okay. Jetzt bin ich nur mal gespannt. Ich sag Antonio. Kann ich sagen, Antonio hatte die Idee und der Rest keine Ahnung. Ich denke, das ist einer von uns gewesen. Das hier? Wer denn? Du hast ja auch gedacht, dass er den letzten Kampf gewinnt. Das hast du ja auch gedacht, Martin. Weißt du? Bist ja auch wieder voll in die Hose gegangen. Aber ich weiß, einer von uns kann so koffeln. Gut, unsere Judges haben jetzt geurteilt. In der Summe haben die Gerichte hier auf dieser Seite insgesamt 24 Punkte erreicht, laut eurem Urteil. Und die Gerichte auf dieser Seite 38 Punkte. Den Gewinner der Challenge geben wir jetzt dann also bekannt, wenn die Kämpfer hier sind. Okay Kämpfer, die zweite Challenge ist vorüber. Ihr habt eure MME-Handschuhe eingetauscht gegen Kochschürze und Kochlöffel und habt eure Coaches heute bekocht. Wie hat es euch denn gefallen, mal bekocht zu werden von euren Kämpfern? Super. War gut. Auf jeden Fall hat es geschmeckt. Von der Optik. Warum lügst du denn jetzt schon wieder? Am Anfang, du fängst direkt an zu lügen. Das ist doch Wahnsinn. Hättet ihr was anders gemacht, wenn ihr gewusst hättet, dass eure Coaches das Essen probieren? Also wir haben ja unser Bestes gegeben, glaube ich. Hat nur schlecht ausgesehen, aber ich glaube es war gut, oder? Oh, oh, oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mit einem Punktestand in der Gesamtwertung, in der die Optik und der Geschmack bewertet wurden, liegen mit 24 zu 38 Punkte Verteilung geht der Sieg an das Team Zavada. Jawoll! Das ist doch gar nicht so schlimm. Das hat man ja letztes Mal gesehen. Martin wird bestimmt wieder die besten Kämpfer auspicken und dann holen wir es 2-0. Das werden wir sehen. Die Süßkartoffel-Pommes vom Team Zavada sind natürlich mal auf der härteren Seite gewesen. Dafür hatten sie dann natürlich mehr Zeit, sich um das Optische zu kümmern. Das bedeutet, einen Salat herzurichten etc. Ich war auch sehr überrascht, dass wir die Challenge gewonnen haben. Ich glaube, durch das Aussehen haben wir das Ding irgendwie gerettet für uns. Wir haben uns auf jeden Fall darauf konzentriert, dass das, was beim Essen am wichtigsten ist, auf jeden Fall abgedeckt ist und das ist ein guter Geschmack. Somit ist die Kontrolle, wer gegen wen kämpfen darf, wieder bei euch. Ihr dürft euch wieder ein kleines bisschen beraten. Ihr dürft nachher bekannt geben, welche Kampfpaarung ihr für das zweite Match wählt. Und dann sehen wir mal, wer gegen wen antreten wird. Das ist wieder eine schwere Situation. Eine zweite Niederlage in Folge tut weh. Natürlich haben wir den Kampf gewonnen. Ich hoffe, das ist wieder ein gutes Omen, dass wir den zweiten Kampf auch gewinnen werden. Aber natürlich ist eine Niederlage. Und ich hasse Niederlagen. Alleine kämpft jeder natürlich. Aber jetzt gerade in der Challenge und so, da müssen die zeigen, dass sie zusammenarbeiten und wie sie zusammenarbeiten. Natürlich, erstmal habe ich mich nicht wohl gefühlt, weil das war für mich so neu. Jetzt habe ich die alle kennengelernt. Macht auf jeden Fall Spaß. Nach dem schrecklichen Essen werde ich auf jeden Fall was richtiges essen gehen und begib mich auf den Weg. Guck mal, eigentlich muss Antonio das hier machen. Hier ist schön aufgeregt. Aber... Wieso? Weil die heute die Challenge verloren haben, weil die gekocht haben wie Schweine. Komm mal her. Setz dich mal. Komm mal her. Das schaut Katastrophe aus. Ich kann selber so nicht leben. Sonst werden die Leute noch glauben, wir sind dreckig oder sowas. Aber eigentlich sind wir ganz saubere Kameragottler. Hätte ich noch eine Challenge verloren? Ja, wir haben heute gekocht verloren. Das heißt, muss ich jetzt putzen? Ja. Leider, Bruder. Das sind die Regeln. Das kommt im Fernsehen. Schön. Nach langer Zeit, sie zu sehen, dass sie aufräumen. Ich räume gar nichts auf. Ich habe gar nichts gemacht. Nein, ich räume nicht auf. Ich habe gestern alles gespült. Der soll weniger reden, den soll mehr machen. Man darf ja schlechter verlieren sein, Bruder, Mann. Warte, 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 warte. Oh, dann lass mich die Ruhe einfach mal. Nein, guck mal, Leute. Ihr müsst das so verstehen. Und ihr könnt nicht, wenn irgendwie irgendwas dreckig ist, ist doch kein Problem. Verlierer-Team räumt auch. Aber macht doch nicht mit Absicht. Hey, warte mal kurz. Ich habe ein wenig aufgeräumt jetzt, damit es nicht so schlimm war. Das ist auch mal gut. Gut. Ich habe auch noch jemand zum Stress. Zweiter Kampf. Wen nehmen wir von uns jetzt mal? Jamie, Hasan oder Indrid? Also für mich ganz klar, ich würde den Hasan jetzt kämpfen lassen. Ich würde, ich weiß nicht, ich würde ihn ein bisschen für später lassen. Meinst du nicht? Nein, also ich finde, der ist bereit. Ich weiß nicht, ich würde hier. Das wäre gut. Jamie gegen Ali. Interessant. Die haben schon mal gegeneinander. Die haben schon mal, genau, deswegen. Und hätten ja schon mal geschlagen, oder? Ja. Oder wir nehmen diese Paarung, Hasan-Ali. Aber da ist, glaube ich, der Ali ist groß, ne? Ja, das ist gut. Vielleicht wenn dann Antonio. Ja, ich denke mal, das ist gut. Das ist sogar gut. Ich kenne beide, ich kenne die Stärken und Schwächen beide. Vielleicht kann das uns diesmal zum Sieg auch verhelfen. Ja, ich denke, dann nehmen wir den Kampf. Nehmen wir den Kampf. Let's go. Euer Team hat in der Challenge überzeugt. Jetzt habt ihr die Entscheidung, welche Kampfbarung ihr für das zweite Match wählt und wer in den nächsten Tagen in der Villa sauber machen muss. Wie sieht's aus? Wen habt ihr auf dem Radar für das nächste Match? Also für unser Team tritt jetzt als nächstes an... Hasan Chaban. Und wir kämpfen gegen... Antonio Villa. Gut, die Kämpfer wurden ausgewählt. Dann bitte ich jetzt Hasan und Antonio zum Staredown. Ich kann euch den Kampf nicht sagen. Und wir schauen mal an. Ich kann euch den Kampf nicht unter. Ich kann euch den Kampf nicht unter. Ich kann euch den Kampf nicht unter. Okay, somit steht das zweite Duell fest und wir haben Hassan Schaban gegen Antonio Bila. Ich denke, Antonio hat jetzt keine Angst direkt vor dem Kampf, aber er wird sich auf jeden Fall jetzt sehr, sehr viele Gedanken machen die nächsten Tage. Ich kenne beide Kämpfe, habe mit beiden trainiert und ich denke, es gibt eine Riesenschlacht. Es sind beide sehr talentierte Kämpfer, stehen am Anfang ihrer Karriere. Dadurch, dass er beide Kämpfer kennt, haben wir eine gute Chance, einen guten Gameplan zu machen. Als die Kampffahrung gewählt wurde, war ich etwas enttäuscht, weil ich damit gerechnet hatte, dass ich der Nächste bin, der kämpft. Das Matchup der Coaches ist sehr interessant, weil der David beide kennt, was für mich ja so ein bisschen den Hinweis gibt, dass er denkt, dass der Hassan wohl der Stärkere ist. Also, beim Ringen, Ohr angeschwollen, da ist jetzt Blut drin und das muss jetzt rausgezogen werden. Und ich hoffe, der Endritt, der kann das. Ich habe gerade eine Spitze gesehen. Ich glaube, die Jungs sind alle auf Doppel gepackt. Aber das tut verdammt weh, ich stehe nicht in meinen Knorpel durch oder sowas. Ich stehe nur hier so, schau, stopp. Nicht so Dings, das ist doch kein Dart, Bruder. Bruder, jalla, jalla, rein da. Ah, bewegt das doch nicht immer. Du hast rausgekommen. Das war's, was mir gerade. Bruder, du bist fast verstanden, dass da alles rausgekommen ist. Endritt, dort. Also, ich werde nicht verli- Ich verliere nicht. Ich werde das machen, was ich machen will und werde den Stern auf meine Reihe tanzen lassen. Also, ich habe hart trainiert. Das ist jetzt meine Zeit. Ich sage dir ehrlich, niemand wird mir jetzt meine Zeit wegnehmen. Heute war halt nicht so ein schöner Tag. Man hat immer irgendwelche traurigen Tage. Es kommt immer dazu, dass man irgendwie wieder schlecht gelaunt ist. Aber heute war es ein bisschen wegen Familie, weißt du ja. Es gibt Tage, da ist man sehr emotional. Und bei mir ist es so, wenn ich emotional bin und dann was denke, was mich traurig macht, das legt mir Feuer. Ich wünsche euch alle eine gute Nacht und freut euch auf die nächsten Fights. Das wird richtig knallen halt. Also, raus rein. Wir sind an einem sehr besonderen Ort. Dieser Ort erinnert mich an meine alten Zeiten. Hier habe ich angefangen, immer zu joggen. Hier hat der Sport begonnen, finde ich, mit Kampfsport. Hassan hat sich bei uns 2017 damals ganz normal als Mitglied angemeldet. Er hatte dann schon gute Voraussetzungen gehabt, sowohl körperlich als auch von den Skills. Er ist mental sehr stark, er hat einen starken Willen und er ist sehr lernfähig. Ich werde dem Käfig auf jeden Fall richtige Granaten abgeben. Damals, als ich jung war, war hier mein Heim. Es war damals hier ein Asylheim für Leute, die geflüchtet sind und kein Zuhause hatten. Dann haben wir dort gelebt mit meiner Mama und meinem Bruder. Ein Bild, wo ich noch sehr jung war, sehe ich noch ganz süß aus, ja? Nein. Ich hatte auch schlechte Situationen, wo ich mir dachte, bitte hilft mir jemand, aber ich habe gemerkt, keiner hilft dir. Ich selbst helfe mir im Gegens. Niemand anderes. Vom Kampf gehe ich gerne spazieren, schaue hoch zum Himmel und denke an ein paar Sachen. Ja, ich denke daran, warum ich hier bin. Ich will nie vergessen, was mein Ziel ist. Ich will immer daran denken, wo ich sein möchte. Mein herzester Kampf war, ohne Papa auch noch zu werden. Ich habe mich selbst zum Mann gemacht. Mama war da, Mama war lieb, Mama ist gutherzig, aber die Männlichkeit steckt nicht in mir. Ich hoffe, ich kann irgendwann mal meine Eltern davon finanzieren, meine Familie und meine zukünftige Familie auch davon finanzieren. Ich will nicht verlieren. Ich werde siegen. Ich will nicht verlieren. Das ist Zeit, ich will nicht verlieren. Nein. Ich bin nicht gefährlich. Sehr gut, alles gut. Kopf auch alles befreit. Gewicht auch? Sehr gut. Der Hassan ist schneller auf den Beinen als Antonio, besser im Stand-up. Und noch ein Vorteil hat er, das ist der David, der kennt den Antonio auch sehr gut. Beide haben bei David trainiert. Der wird auch versuchen, die Schwächen von Antonio den Hassan näher zu bringen bei der Vorbereitung jetzt hier. Die Schwächen von Antonio sind auf jeden Fall im Stand. Wenn ich dir ein paar harte Dinge gebe, wird er direkt auf den Boden greifen wollen. Dafür kennen wir gerade, wie wir auf den Boden rauskommen, wie wir den am besten wegbekommen. Als Kämpfers die Mentalität vor dem Kampf ist das Wichtigste. Man bereitet sich so lange vor auf den Kampf und am Ende geht es dann nicht mehr um das Körperliche, sondern mehr, dass man sich auf den Gegner einstellt und dass man mental stark drauf ist. Mentalität stärken kannst du nur, wenn dir immer was Schlechtes passiert. Familienproblem und ich habe gestern eine Erkältung abbekommen. Trotzdem werde ich falten. Das ist ein Risiko für mich, aber egal. Nachdem ich den ersten Fight verloren habe, ist meine Mentalstärke noch mehr in Wut umgestiegen. Also mehr Wut auf mich, dass ich viele Sachen nicht umgesetzt habe, mich nicht komplett zeigen konnte. Dementsprechend arbeite ich jetzt noch härter als vorher. Kämpfe mit dir! Nicht aufnehmen! Weiter! Die Letzte und oben bleiben! Eins, zwei, fünf, sechs, acht, neun, sieben! Benning muss immer hart sein. Da ist der Kampf einfach. Komm! Also Antonios Stärken waren immer der Bodenkampf. Er hat sich dort sehr wohl gefühlt. Im Standkampf war er zurückhaltender. Er hat sich nicht sehr viel getraut. Also für den Kampf, denke ich, muss der Hassan schnell auf dem Bein sein. Versuchen, rein, raus. Er hat sich nicht packen lassen. Ich will ihn einfach oben ärgern, damit er richtig psychisch runter geht. Herzlich willkommen bei mir zu Hause. Kommt rein! Hier merkt man auch schon den Einfluss, den meine Freundin auf die Wohnung hatte. Sie ist auf jeden Fall ein bisschen kunstaffiner als ich. Wir sind hier gerade auf dem Eisernen Steg. Hinter mir sieht man die wunderschöne Skyline von Frankfurt. Ich bin in einem kleinen, behüteten Dorf, sage ich mal, aufgewachsen. Da bin ich in der Nähe vom Wald aufgewachsen, neben Feldern. Und da ist Frankfurt auf jeden Fall schon was ganz anderes. Ich habe den Sport gar nicht angefangen mit diesem Gedanken, ey, ich will mal ein Kämpfer werden. Ich will Geld damit verdienen. Sondern es hat mir einfach von Anfang an einen Riesenspaß gemacht. So, Antonio ist als Trainingpartner. Ich trage mit ihm seit zwei Jahren. Und als Trainer hat er ungefähr sechs Monate gedauert. Er ist eine athletische Person. Er ist ziemlich smart. Er hat immer die richtige Frage gestellt. Er ist sehr interessiert über den Sport. Ich sehe, dass er sehr passioniert ist. Ich habe jetzt ein klares Ziel, worauf ich hinarbeiten kann. Und das hatte ich davor in der Form noch nie. Also meine Eltern haben sich, also als ich noch sehr jung war, haben die sich getrennt. Das bedeutet, ich habe meinen Vater das letzte Mal gesehen, als ich acht, neun war. Meine Mutter habe ich jetzt auch schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Seit Jahren nicht mehr gesehen. Mit 15 bin ich in eine andere Familie gekommen. Die haben diese ganze Situation, die Trennung mit meinen Eltern auch dann danach, die Zeit, in der ich viel Drogen genommen habe, haben die sehr eng mitverfolgt. Mit 16 habe ich realisiert, dass es jetzt an der Zeit ist, sich zu entscheiden, mache ich eine 180 Grad Wende oder gehe ich weiter in diesen destruktiven Weg. Und da ist mir die Entscheidung relativ leicht gefallen. Ich persönlich habe keine Rituale, die ich vor dem Kampf durchgehe. Ich habe das Gefühl, dass Leute die Rituale vorkämpfen haben, vielleicht dem Ganzen zu viel Bedeutung geben. Ich freue mich einfach, meine Skills und mein Repertoire an Waffen auf jeden Fall in einer breiten Audienz vorstellen zu können. Das bedeutet, ich bin auf jeden Fall heiß. Willkommen zur Trainingseinheit. Wir gehen heute ein bisschen auf Antonio ein. Kämpft ja. Wir fangen an, machen uns warm. Stefan macht das Warm-up. Und danach geben wir speziell ein paar Sachen ein. Ibo, herzlich willkommen. Erstes Training. Jawohl, Junge. Genau so. Wie ist das Gewicht? Sehr gut. Ich habe heute Morgen 1,80 Grad. Wir fangen an. Drei Minuten Konterschutz. Das heißt, ihr bewegt euch ganz locker. Das ist ein Kampf, weil Antonio ist jemand, der nicht zurückgeht. Auf der Gegenseite von Hassan, der mit vielen Emotionen in so einen Kampf geht. Er will da eine Schlacht liefern. Antonio genauso. Und von daher denke ich, dass es da auf jeden Fall klatschen wird. Die Strategie für den Kampf wird sein, dass Antonio einfach seine Stärken in den Kampf reinbringt. Er muss seinen Stempel aufdrücken, den Gegner gar nicht entfalten lassen. Und mit harten, präzisen Schlägen dann den Kampf zu beenden. Seine Stärken weißt du ja ganz genau. Seinen Stand. Du bleibst lange, gerade. Und Kicks. Und Abkick. Ja? Wenn es zum Clinch kommt, weißt du, was du zu machen hast. Zum Lösen. Leberkick. Easy. Die einzige Schwäche, was er hat, das Mentale. Das muss er in den Griff kriegen. Und dann sehe ich für den Kampf eigentlich keine Schwierigkeiten. Ich denke, dass Antonio einfach ihn ein bisschen reizen muss, emotional holen muss. Mit harten, präzisen Schlägen, dass er so mit der Emotion rauskommt. Ich denke, da können wir ihn gut packen. Hassan ist mein Trainingspartner. Hassan ist ein talentierter Junge und habe ich zwei Jahre auch mit Antonio trainiert. Antonio ist ein sehr guter Bodengämpfer. Ja, ich bin gespannt. 50-50. Mein Ziel ist es, den Kampf auf jeder Ebene zu dominieren. Jeder Kampf im MMA beginnt im Stand. Das bedeutet, dort möchte ich ihm mein Kickboxen aufzwingen. Ich will ihn meinem Ring aufzwingen und ihn dann am Boden finishen. Antonio ist neu programmiert worden, natürlich nach diesem Wechsel von Düsseldorf nach Frankfurt. Das heißt, es ist ein vermeintlicher Vorteil in den Köpfen der Zavadas, dass sie bereits wissen, wie Antonio kämpft. Aber Antonio ist inzwischen ein ganz anderer Kämpfer. So, wir gehen jetzt in die Stadt. Wir müssen dringend Haare schneiden, weil es ist kaliert hier langsam. Deswegen gehen wir jetzt in die Stadt. Wir machen uns ready. Wir müssen Hassan vorbereiten auf den nächsten Kampf. Dann starten, würde ich sagen, oder? Team Zavada macht sich auf den Weg zum Friseur. Ich brauche den nicht. Was gerade im Hintergrund abgeht, ist, dass wir den Schlüssel vom Auto suchen. Ja, fahren geht. Ja, deswegen. Würde nicht gehen, wenn der Schlüssel nicht wieder. Der Schlüssel von uns? Warte. Nein, der muss hier drin sein. Der muss hier drin sein. Wir haben ein Auto. Ich bin dann Autowart. Bis nachher. So, wir sind jetzt gerade in Frankfurt am Bahnhofsviertel. Die Jungs sind heiß daraus, sich die Haare schneiden zu lassen. Entritt mit seinen Locken, der muss auf jeden Fall ran. Und bei mir schadet es auch nicht. Ja, wir wollen natürlich nicht nur kämpfen können, sondern am besten kämpfen können und auch noch dabei gut aussehen. Das sieht aus wie so ein Holzfäder. Und schneid doch. So. So. Ne? Okay. Die will man schnell. Jetzt fertig beim Friseur. Die Jungs haben sich die Haare geschnitten. Jeder hat einen neuen Haarschnitt. Bei Friseur, ich bin sehr groß. Uuuu. 1-1. Okay, Rematch. Ich werde auf Simeon. Ich muss ehrlich sein. Okay, wenn du Simeon sagst, dann sage ich Jan. Okay, aber was ist dein Satz? Schlag in den Bauch. Uuuu. F*** auf, Mann. Das ist ja peinlich. Ja, ihr macht ja den Link aus Besuch. Willkommen. Hallo Leute. Leute, wir müssen es aufräumen. Willst du es heute machen? Denn wir haben etwas für dich, wenn du es nicht. Dann müssen wir das... Tool. Das ist es. Bruder, das stinkt wie scheiße. Das Problem ist, wir haben hier drei Toiletten. Einmal erste Etage, zweite und dritte. Aber ich verstehe nicht, warum alle in die Küche kacken. Das ist das Schwimmbad. Ja, das Haus sieht wirklich schlimm aus, vor allem in die Küche. Soll ich euch mal was zeigen? Guck mal, guck mal, guck mal. Abgratschen Mülltonne, Alter. Das ist ja eblich. Ich will das gleich wieder raus. Wir sind heute Morgen aufgestanden, wie jeden Morgen. Ich bin tot. 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 Ja. Ein bisschen Familienproblem. Ich bin tot. Ah, okay. Wie geht's? Ja, ja. Ich bin tot. Ich weiß zwar nicht, was mit der Familie ist. Das ist mir jetzt das erste Mal gesagt worden. Ich hoffe, dass es nichts Schlimmes ist auf jeden Fall. Aber das wird schon auf jeden Fall, denke ich, auf den Kampf auswirken. Der erste Moment der Wahrheit. Das Wiegen auf leerem Magen nach dem Aufstehen. Ja. 80,1. Das ist ein knappes Kilo. Das bedeutet, wir werden heute nochmal ein ganz lockeres Workout machen. Ich hab schon gemischt. Also, jetzt Klamotten ausziehen, alles ausziehen. Habe ich so 79, 8, 7. Kommen wir nun zur offiziellen Waage für das zweite Duell hier bei Octagon Challenge. Ich rufe auf die Waage als erstes Hassan Shaban. Das sind 79,3 Kilogramm für Hassan Shaban. Mach einfach. Geh mal drauf. Ist doch scheißegal, Mann. Mach diese Kacke hin. Wir spannen das vor dir auf. Warte, warte, warte. Okay. Das sind 79,3 Kilogramm für Hassan Shaban. Und als nächstes auf die Waage vom Team Pütz-Eckerlin, Antonio Bila. Einmal auf die Waage. Zieh an, zieh an, du wirst krank. Bist du nicht schnass? Das sind auch 79,3 Kilogramm für Antonio Bila. Gewicht machen ist immer sozusagen der Kampf vor dem Kampf. Das gehört dazu. Also ich hab bis jetzt in meiner Karriere immer mein Gewicht gebracht. Ich musste nie nachwiegen oder sowas. Das ist so, als würdest du deine Hausaufgaben nicht gemacht. Ich spiel gar nichts. Ich geh jetzt auf Klo und mach Pipi da. Vorher war er noch relativ selbstbewusst, dass er das Gewicht hat. Jetzt hat er es nicht. Wir waren beide genau um 300 Gramm zu viel. Mach dir nicht so im Kopf, Mann. Ich mach mir Kopfweh, der mich verarscht will. Jetzt haben wir genau eineinhalb Stunden Zeit. Unser Antonio geht laufen. Ich weiß nicht, was der Hassan macht. Nicht jetzt. Doch. Jetzt. Okay, ich hab Zeit. Wenn der jetzt gleich auf die Waage geht, dann wirst du reingerufen. Bam. Und dann? Dann werde ich mein Gewicht haben. Der läuft jetzt an dir vorbei. Soll der. Ja. Also über das Verpassen vom Gewichtlimit hab ich mich ein bisschen geärgert. Weil ich war heute Morgen auch dabei. Da hat er ein halbes Kilo über. Und dann hab ich ihn gefragt, hab mit ihm geredet. Arbeit dein Körper weiter? Verbrennst du das weiter? Ja, das geht eigentlich normal bei mir runter. Es ist aber nicht der Fall gewesen. Er hat nur 200 Gramm verloren. Wenn man weiß, dass der Körper nicht weiter arbeitet, wenn ich an einem Limit bin, dann versuche ich das Gewicht schon morgens auf der Waage zu haben, damit ich diese Überstapazität nachmittags nicht habe. Ja, der macht sein Gewicht ohne zu meckern. Was soll ich machen? Auch sein Gewicht machen. 300 Gramm. Das ist eine Arbeit von 10 Minuten. Ich hab in meiner Profikarriere noch nie das Gewicht verpasst. Von daher bin ich ein bisschen enttäuscht von meinem Kämpfer. Aber man muss dazu sagen, vielleicht die Umstände haben dazu beigetragen. Psychisch angeschlagen ist man sicher, wenn man sowas hört. Aber, wie ich gesehen hab, der Antonio hat das sehr cool aufgenommen. Richtig professionell. Der Hassan hat sich sehr aufgeregt. Und meiner Meinung nach ist das unprofessionell. Ich hab natürlich versucht runter zu bringen. Ich hab gesagt, komm, das ist das Spiel. Wir müssen da mitspielen. Wir machen gleich ein bisschen Pratzen und nur das. Dann lass jetzt machen. Kannst du früher essen. Der Hassan hat gemeint, dass die Waage nicht funktioniert oder dass da irgendein Fehler liegt. Und ich glaub, deswegen hat sie ihn so abgefuckt. Aber ich glaube, dass die Waage einfach korrekt war und beide einfach das Gewicht nicht geschafft haben. Umso schneller ihr das Gewicht habt, umso schneller könnt ihr wieder auf die Waage, ne? Ja, kommt dann. Ja, und dann recht. Man sieht dann die Mentalität von einem Kämpfer. Antonio ist direkt ans Eingemachte gegangen. Er macht sein Gewicht, wie ihr seht. Und so wird er das morgen auch in den Kampf bringen. Ich komm hier zum zweiten Mal hier zur offiziellen Waage. Den beiden Kämpfern wurde nochmal 90 Minuten eingeräumt, um das Gewicht zu bringen. Als erstes auf die Waage bitte ich Hassan Schaban. Diesmal Punktlandung mit 79,0 Kilogramm für Hassan Schaban. Bitte mir nun auf die Waage Antonio Bila. Diesmal sind wir bei 78,5 Kilogramm für Antonio Bila. Man sah ein bisschen aufgeregt, ein bisschen sauer geworden, aber kann auch daran liegen, dass ich ein bisschen Hunger hatte, nicht ein bisschen sogar sehr. War ein bisschen Schwierigkeit beim Hassan, er hat ein bisschen rumgestänkert, aber er hat es doch gemacht und mit Leichtigkeit geschafft. Beide haben ihre 300 Gramm gebracht, haben damit ihre Professionalität natürlich unter Beweis gestellt, hatten eineinhalb Stunden Zeit. Wir hatten das Gewicht und jetzt steht im Kampf nichts mehr im Wege. Beide Kämpfer sind nun eingewogen und ready für ihre Duelle. Kämpfer zur Mitte. Hassan. Okay, Kämpfer, gebt euch die Hand, beide wieder zurück zu den Coaches. Freuen wir uns also auf das Duell morgen. Hassan Schaban gegen Antonio Bila. Also das Tertum von heute war echt, die Jungs haben sich lange in die Augen geguckt, waren konzentriert, sind hungrig, beide wollen den Kampf gewinnen, sind fokussiert. Man hat schon gemerkt, im Gegensatz zu Selim und Simeon, es war mehr Spannung in der Luft. Letztens war ein bisschen grinsend, ein bisschen zur Seite geschaut, aber heute sind aggressive Blicke. Einen wunderschönen guten Tag an alle, die da sind. Ich darf euch herzlich begrüßen zum zweiten Vorrundenkampf der Octagon Fighters Challenge. Das ist der nächste Schritt für die Kämpfer zum Preisgeld von 10.000 Euro und zum gesamten Turniersieg. Also das ist für mich ein sehr spannender Kampf, denn ich weiß von Antonio ehrlich gesagt nicht viel. Also ich habe jetzt alles Mögliche an Gerüten gehört, dass er ein Grappler ist. Manche sagen, er ist Striker, manche sagen, er hat es gar nicht so mit dem Grappling. Deswegen schwer für mich, seine Prediction zu machen. Ich weiß, dass Hassan im Stand sehr exklusiv ist. Ich glaube, dass wenn es im Stand bleibt, der Hassan in der zweiten Runde durch K.O. gewinnt oder über die Punkte. Ich denke, irgendwann wird Antonio Überhang gewinnen und ihn in der dritten Runde finishen. Ja, direkte Nachricht an das Team Zavada. Ihr seid ja die Challenge-Meister, da könnt ihr auch bleiben, das ist gut so. Aber wir werden auf jeden Fall unsere Siege rausholen und ich hoffe, mit dem 4-0 hier heimzufahren. Christian, Stefan, ihr habt den ersten Sieg geholt. Glückwunsch dafür. Wir werden jetzt auf jeden Fall alles dafür setzen, dass wir den nächsten Sieg holen und ich denke, das werden wir. Die Geschichte wird sich wieder wiederholen. Wir haben die erste Challenge verloren und Selim hat gewonnen. Wir haben die zweite Challenge verloren und Antonio wird gewinnen. Es ist soweit, ich kämpfe gleich und ich fühle mich gut. Ich bin nicht aufgeregt. Ich weiß, dass ich das Ding mache. Ich glaube an mich und der Antonio kann sich gleich bereit machen. Bitte begrüßt mit mir in der blauen Ecke. Er tritt an für das MMA Spirit Frankfurt und vertritt das Team Eckerlin und Team Pütz. Bitte begrüßt mit mir Antonio Bieler. Ladies und Gentlemen, kommen wir nun zu Kämpfer Nummer 2. Auf seinem Weg in die rote Ecke. Er kämpft auch, seines Zeichens, um den Einzug ins Halbfinale bei der Octagon Challenge. Er vertritt das Team Savada mit einem Kampfgewicht von 79 Kilogramm. Begrüßen wir bitte Hassan Shaban. Let's go Hassan Shaban. Let's go. Showtime. Schön schnell, schön schnell. Ihr bereit? Ihr bereit? Fight! ... Schlecht, stecht, stecht. Hände, Hände, Hände. Schön, Hände, Hände. Schöner. Reaktion, Hassen, Reaktion. Reaktion, Hassen. Schneller reagieren. Loszeit, genau. Einigen Minuten Zeit. Genau so, genau so. Bleib gerade, bleib gerade. Siebt, siebt, siebt. Link an, rechts, gerade. Geht auf dich. 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 Jetzt geht das. Jetzt! Ja! Sehr schön! Weiter rein! Genau so! Zurück! Zurück! Schön! Hände hoch! Wieder auf! Jep! 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 1-5! Jep! Jep! Sie Picture-Min-Jep! Jep! 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 失ich! cách der!! ï response! Gut! Ja! Zwei products! Jep! Untertitelung des ZDF, 2020 Du in die Hand zu gehen. Arbeiten du den Japs, aus dem Tennis, nach 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 dem Tennis, nachdem du mit dir geintradt hast. Lange Hände. Du musst reinlassen. Du musst reinlassen. Bewegen! Alles gut. Genau so! Geh ansichern. Arbeiten, arbeiten! LSD-Linke, Rettstilfeuer! Gar nichts! Habt gerade, nimmer! Jungs, ja! Wie ihr hiermit kopf? Wieder kopf in deinem Körperkopf! Genau! An hier in den Kopf! Schocken, Schocken, hoch und herauskommt! Komm, komm, komm! Händler! Händler! Menschen! 30 Sekunden! Schreibe! Schweine Atmung! Schreibe! Geh nach oben! Geh nach oben! Kostan, Kostan, Kostan! Hey, wenn du nach vorne gehst, kannst du den Single leckerun. Aktiv. Wenn er den Step nach vorne macht, ist immer dieser Lowkick da. Bloß ich kann ihn in Ruhe nicht reinrufen. Lass den linken Bodykick weg, ich mach das. Ist nix. Wie war das? War nix. War nix. Genau so. Ein Ding hat voll gesessen. Zwei, drei Dinge hat sehr gut getrunken. Und stell ihn zum Käfig. Ja. Halt! Ruhiger! Level change, level change. Rechts raus, immer rechts raus. Tiefer. Jam, jam, genau. Guck dir in deinen Kopf. Siehst du, was passiert mit deinem Kopf? Genau so. Ja, genau so bewege. Halt die rechte oben, Hasan. Halt die rechte oben, Hasan. Genau. Jam, jam, immer weiter raus. Geh rechts raus. Geh rechts raus von deiner Schlaghandweg. Rechts raus, Hasan. Rechts raus, Hasan. Rechts raus. Ruhig, 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 ruhig. Antäusch, antäusch. Genau so weit. Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten. Boxen, Hasan. Boxen. Tief, wenn du. Ja. Mach dein Kopf, genau so. Genau so. Körper stopp. Körper stopp. Halt die rechte oben, Hasan. Halt die rechte oben, Hasan. Tief dreht. Ja, Hasan. Oh. Tief, tief, tief. Tiefer stehen, Hasan. Genau so. Hörpankopf. Ruhiger, ruhiger. Simpel, da. Tief dreht. Tief dreht. Aber, tief dreht. Genau. Jep, jep, jep. Komm weiter. Jep, jep, jep. Komm weiter. Genau so. Ja, sehr gut, Hasan. Jep, bewegt den Kopf, bewegt die Hände. Genau so. Jep, bewegt den Kopf, bewegt die Hände. Genau so. Genau so, genau so. Genau so, bitte. Schön. Alles gut, tiefer treten, tiefer. Hände, Hände, Hände. Erschleite, das Tief dreht. Tief dreht. Schön boxen, schön boxen. Schönen boxen. Rechts raus, rechts raus, Hasan. Rechts raus, Hasan. Rechts raus, Hasan. Hände höher, Hände höher. Hände höher. Hände höher, Team tief. Alles gut, alles gut. Jep, jep, jep. Jep, jep. Ja, genau. Zwei Dinge, zwei Dinge, ein, zwei. Ja, schüttelt das. Ja, Patti. Jab, jab recht. Reklappen. Ruhig an, ruhig an. Ruhig an, ruhig an. Ruhig an, ruhig an, ruhig an. Ja! Ja! Ruhig an. Two minutes. 5 Sekunden, 2. Runde, Referee Stoppage wegen Strikes. In der roten Körner, Hassan Chaban. Ich möchte meine Schwächen jetzt noch mehr ausmerzen. Ich weiß jetzt, woran es lag. Ich hätte die Intensität hochschrauben müssen. Und das möchte ich jetzt natürlich im Training umsetzen, damit mir dieser Fehler auf jeden Fall nie wieder passiert. Sehr traurig. Ich fühle Antonio auf jeden Fall. Ich fühle das extrem. Ich habe zwar die ersten 7 Kämpfe gewonnen in meiner Karriere, aber nach der ersten Niederlage war das schon ein bisschen hart. Ganz klar, jede Niederlage ist hart. Aber nichtsdestotrotz hat er ein gutes Team hinter sich. Hassan ist auf jeden Fall ein Kandidat für das Halbfinale. Das Halbfinale hat sich heute super gezeigt. Ich bin glücklich und happy. Ich gehe jetzt nach Hause, feiere, ruf meine Familie an und erzähle ihnen von meinem erfolgreichen Tag. Das haben sie gut gemacht. Hassan hat abgeliefert und morgen ist die nächste Challenge und die werden wir gewinnen. Und Stefan, 4. und 6. nähert sich immer Stück an Stück, Tag für Tag näher. Bereite dich auf diesen Tag vor. Eine neue Ära beginnt. Oktagon kommt nach Deutschland. Zum ersten Mal Mixed Martial Arts in der ikonischen Festhalle in Frankfurt. Freut euch auf den mehrfachen deutschen MMA-Champion Christian Eckerlin. Ein Kämpfer, der bereits eine Siegesserie von sieben Siegen aufzuweisen hat und der die Ambition hat, der nächste Oktagon-Weltergewichtschampion zu werden. Die Schlacht um Deutschland kann beginnen. Stefan, T-800 Pütz. Mit 14 Meistertiteln auf seinem Konto geht er in das Duell gegen Martin King Kong Savada. Einem der erfahrensten deutschen MMA-Kämpfer im Halbschwergewicht. Lightweight-Titelkampf. Ivan Buki Buchinger gegen Lausanne, der Black Panther Cater. Der beliebteste tschechische MMA-Kämpfer, Carlos Terminator Vemola. Dazu kommt das spektakuläre Finale der TV-Show Oktagon Challenge. Am 4.6. in der Festhalle Frankfurt. Tickets ab sofort erhältlich bei Ticketmaster.